Nach diesen krassen Champions-League-Begegnungen, die wir jetzt zuletzt hatten, war das Freitagabendspiel zwischen Frankfurt und Augsburg dann doch eher ernüchternd, was die fußballerische Qualität anging und das, obwohl es hier für beide Teams ja noch auf jeden Fall um Europa in der kommenden Saison geht, aber betrachten wir das Spiel mal aus taktischer Sicht. Augsburg hat in ihrem unter Torhub gewohnten 4-3-1-2 System gespielt und daraus im Ballbesitz wie hier meistens einen 4-3-3 draus gemacht, wobei halt Zehna Walgers zu den zwei Stürmern vorne dazu ist, die waren immer extrem eng und dann hat man halt meistens lange Bälle gespielt und die auf die Reise geschickt. Das obwohl die Eintracht einem eigentlich Räume bot, die man hätte bespielen können, die haben es gegen den Ball wie auch schon gegen Stuttgart in einem 4-2-4 gespielt, etwas tiefer wurde es dann natürlich ein 4-4-2. Da Augsburg relativ wenig Chancen aus dem eigenen Ballbesitz heraus kreiert hat und deren einziges Tor ja auch nur aus einem Ballgewinn resultiert, schauen wir jetzt mal, was die Eintracht im Ballbesitz gemacht hat. Und da sah der Großteil der ersten Halbzeit genau so aus, denn mit 70% Ballbesitz hatte man den Ball sehr häufig und meistens auch eher tief wie hier und das System war halt eben klar ein 4-2-4, die vier Offensivspieler, die relativ frei waren, wie man hier auch sieht, relativ eng beieinander positioniert waren, das Spiel nicht wirklich in die Breite gezogen haben. Dann im Mittelfeld das Duo aus Götze und Skiri. Einer von beiden hat sich auch des Öfteren fallen lassen, damit der ballferne Außenverteidiger auch mit hochschieben kann. Aber so wirklich gefährlich wurde man aus der Ordnung heraus nicht. Augsburg hat es gut verteidigt und vor allem im Zentrum kompakt gehalten im 4-3-1-2. Und ich würde sagen, das Wort ideenlos beschreibt die erste Halbzeit von Frankfurt eigentlich ziemlich perfekt. Und ich habe das Tor gerade angesprochen, die Führung der Augsburger. Da war es wieder aus der Struktur heraus, aus dem 4-2-4. Ein langer Ball von Trapp auf Paco. Der spielt dann raus auf Max, wird aber da schon unter Druck gesetzt von Demirovic. Engels hilft auch und vor allem Mbappu, der Rechtsverteidiger. Sobald halt eben Max angespielt wurde, sind sie da energisch draufgegangen, haben den Ball gewonnen. Der Mirovic treibt ihn dann nach vorne, spielt ihn gut in die Tiefe auf den einlaufenden Weigas, der dann eben das 1-0 für Augsburg erzielt hat. Nichtsdestotrotz, dass es vor allem zu Beginn echt harmlos von der Eintracht war, war dann zum Ende der ersten Halbzeit hin so ein bisschen Besserung zu sehen. Da kam man dann zum Ende hin schon nochmal zu seinen Chancen und wurde generell besser. Und das würde ich vor allem auf eine Änderung zurückführen, nämlich dass man mit den vier Offensivspielern viel breiter gestanden ist. Hier in dem Beispiel Ebimbe rechts an der Außenlinie, aber Shaibi links ist auch viel weiter draußen. So ziehst du halt die Augsburg-Abwehr weiter auseinander und kreierst halt zwischen den gegnerischen Spielern viel mehr Räume, die du bespielen kannst. Und das hat man dann vor allem mit Beginn der zweiten Halbzeit gesehen. Auch hier sehen wir es wieder extrem breit in der Vierer-Offensive, Shaibi links und Ebimbe rechts. Aber auch noch eine weitere wichtige Änderung, ihr seht es mit den Pfeilen, die die Laufwege darstellen sollen. Die beiden Außenverteidiger, Max links und Buta rechts, haben ein bisschen invers agiert, sind also weiter ins Zentrum eingerückt, anstatt außen zu stehen. Und genau das ist dann auch beim Ausgleich von Frankfurt entscheidend. Hier hat Götze den Ball, aber Rechtsverteidiger Buta ist schon ins Zentrum eingeschoben. Dadurch öffnet er erst den Passweg von Götze raus auf Ebimbe, der halt wie gesagt ziemlich breit ganz außen an der Außenlinie steht. Und dann spielen sie es halt wirklich gut aus. Generell hatte man in der zweiten Halbzeit einen größeren Wert aufs Flügelspiel gelegt und nicht mehr wie in der ersten Halbzeit völlig planlos ein paar Halbfeldflanken ins Zentrum geschlagen. Da war dann wirklich auch ein klarer Plan zu erkennen. Hier klatscht Ebimbe auf Buta und der steckt dann durch zurück auf Ebimbe, der dann eben außen einen Durchbruch erzielt hat. Geht dann in Richtung Grundlinie und spielt ihn quer rein ins Zentrum, wo dann eben der eingelaufene Shaibi einschieben kann zum Ausgleich. Und da war halt auch entscheidend, dass er so weit draußen stand. Dementsprechend war schon von Beginn an in dem Angriff Mbabu nicht eng an seinem Gegenspieler dran und kann ihn hier dann auch nicht mehr entscheidend stören. Und dann relativ kurz danach fand ich aber auch irgendwie passend, weil in der ersten Halbzeit, sobald man den Ball gewonnen hat, hat man eher hinten rum gespielt, erstmal den Ball gehalten in den eigenen Reihen. Jetzt aber hingegen hat man in dem Fall den Ball erobert. Generell hat man sich in der zweiten Halbzeit ein bisschen wohler gefühlt, Augsburg auch mal den Ball zu überlassen und selbst eher etwas tiefer zu stehen. Schkiri spielt dann hier den Ball raus auf Ebimbe, der zu Mamouche, der dann links raus spielt auf Ekitike. Am Ende ist es eigentlich relativ schlecht ausgespielt. Ekitike bleibt am Ball und trifft dann das erste Mal in seiner Bundesliga-Karriere und das erste Mal im Trikot von Eintracht Frankfurt. Habe ich ihm persönlich auf jeden Fall gegönnt, auch wenn ich mir als Freiburg-Fan einen anderen Spielausgang erhofft hätte. In Folge dessen stellte Augsburg-Trainer Torhub dennoch defensiv um, bzw. je nachdem wie man das halt ausübt, der hat auf jeden Fall von der Viererkette auf eine Dreierkette umgestellt. Man sieht aber auch, die Außenverteidiger konnten dementsprechend höher schieben, also man muss das nicht immer unbedingt als defensiver bezeichnen, aber auf jeden Fall hattest du so halt eine bessere Konterabsicherung. Aber auch Topmüller reagierte darauf relativ zeitnah, zeitnah, brachte Knauf als rechten Schienenspieler und hat dann für den Rest des Spiels im Eintracht typischen 5-2-3 verteidigt. Augsburg kommt dann natürlich nochmal, will irgendwie den Ausgleich erzielen, aber letztendlich war es dann Mamouche, der sie auskontert, weil auch Torhüter Fynn Dahmen mit dabei war und dann am Ende mit dem Tor zum 3-1 den Endstand besiegelte. Das soweit mal meine Erkenntnisse zum Freitagabendspiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Augsburg. Schreibt mir gerne eure Meinung zum Spiel in die Kommentare. Falls es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like oder Abo da und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao!